Im Polarium im Tiergarten Schönbrunn gibt es Nachwuchs. Bei den Felsen-Pinguinen sind Mitte April nach rund 33 Tagen Brotzeit elf Küken geschlepft. Bei der Aufzucht ist Arbeitsteilung angesagt. Abwechselnd wärmen die Pinguin-Eltern die Kleinen und füttern sie mit vorverdauter Nahrung. Derzeit leben 45 erwachsene Felsen-Pinguine hier in Schönbrunn. Jedes Jahr gibt es Nachwuchs, was weltweit sonst in keinem anderen Zoo so regelmäßig gelingt. Die Erhaltungszucht sei wichtig, erklärte die Tiergartendirektorin Dagmar Schratter, denn der Felsen-Pinguin zählt im Freiland zu den stark gefährdeten Tierarten.